Kalar Argen kooperiert nicht, ich genauso wenig. Nehmen wir die drei. Warum gebt ihr dem Berater der Dame für jedes Missgeschick die Schuld, dass euch widerfährt bei Brot? Der Kreuzzug versucht sich weder in den dunklen Künstlern der Nekomantin, noch ist er auf unnötiges Blutvergießen aus. Alles was mir der Dame von euch erbittet ist, dass ihr eurem Ruf als Helfenbeiders Tor gerecht werdet. Wenn es die Truppen rettet... Was Kalar für den Helden plant, kann schlimmer sein als der Verlust des Lebens. Ich verstehe eure Position steinern, aber ihr müsst verstehen, dass die Zusammenarbeit in einer größeren Katastrophe enden könnte als in einer Schlacht. Ich sage das nur ungern, aber Nederlok hat recht diesmal. Obwohl ich gerne das Leben der Balboot opfern würde, um diesen Krieg zu beenden, wissen wir nicht. Was es bedeutet, so jemanden mit Kalar gehen zu lassen? Ich denke immer noch, dass Kapitulation die beste Option ist. Ich würde gerne mein Leben geben, um die zu retten, die mir wichtig sind. Äh, nein, nicht dieser Charakter. Vielen Dank für die bewegende Kundgebung eurer Unterstützung, Dilanzi. Kapitulation ist ein Werkzeug, und zwar eines, das ich nicht einsetzen werde, bevor ich weiß, was es bewirken wird. Ich bleib bei der Koalition. Nehmen wir die zwei. Die Zeit ist jetzt unser Feind. Wenn jemand anderes die Balboot sucht, ich kann nicht länger darauf warten, dass ihr das Licht seht. Was sich freiwillig gegeben wird, müssen wir uns einfach nehmen. Wir befehlen, meine Damen. Wenn ihr das nächste Mal meinen Banner seht, wird es euch an der Spitze der Mammé befinden, die auf euch zumarschiert. Für die Gerechtigkeit. So sei es. Alle Mann zurück ins Lager. Bereitet euch auf einen Angriff vor. Möge Timorans wohlgesonnen sein. Gut, ich hoffe aufrichtig, dass ihr das wert seid, was ihr uns gerade gekostet habt, Benoir. Es ist wohl Krieg, aber so, ob es uns gefällt oder nicht. Lass uns zurück zum Lager gehen, Benoir. Es ist nicht sicher hier. Was können sie von mir wollen? Ich verstehe... Ich verstehe nicht. Caleb hat versucht, mich beides tot zu töten. Töten zu lassen. Jetzt versucht sie, mich für sich zu gewinnen. Das macht keinen Sinn. Krieg macht selten Sinn. Und es sind meistens die einfachen Leute, die den Preis dafür zahlen. Opfer müssen erbracht werden, um einen Krieg zu gewinnen. Ich stehe bereit, alles Notwendige zu tun, um die Bedrohung von Kayla zu beenden. Er hat recht, aber ich würde es lieber vermeiden, derjenige zu sein, der sie erbringen muss. Es ist seltsam, wie oft diese Opfer von Soldaten selbst von ihren Offizieren erbracht werden. Nehmen wir die zwei. Lass uns nicht darüber streiten. Es wird nicht lange dauern, bis die Bogenschüsse anfangen, uns auszudrücken. Zurück zum Lager. Lass uns gehen. Oh, 5000 Erfahrungspunkte für jeden. Wer zur Hölle bist du denn? Wie ihr wünscht. Flüchtling scheint beschäftigt zu sein. Auch gut. Okay. Ich habe alles getan, was ich konnte und beginnt bei seiner Suche nach verschollenen Familienmitgliedern zu helfen. Wir haben keine Zeit mehr, nach weiteren zu suchen. Der Gnome muss ich also zufrieden geben. Der Kreuzzug greift an. Der Norden des Lagers steht in Flammen. Wo braucht ihr mich? Ich nehme Vorschläge für meine nächsten Schritte entgegen, falls jemand welche hat. Endlich, auf nach Dach und Sperr. Lasst uns die strahlenden Damen angreifen und dem Ganzen ein Ende setzen. Nehmen wir die zwei. Geht nach sie in zur Feuergrube. Die Kommandanten versammeln sich dort. Andrus kann euch dann weitere Anweisungen geben. Ich weiß, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, aber Glück zu euch. Benno, ich weiß, wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, aber viel Glück. Euch auch, Koppel, danke. Findet schnellstmöglich, Andrus, und passt auf euch auf. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jetzt schlagen hier schon Katapult-Dinger ein. Okay. Okay. Hero, wir brauchen Hilfe. Als Fossi diese Sprengstoffe in das Fass von Woosh abschied, hatte sie am Ende äußerst stabile, giftige Rückstände übrig. Wir hatten überlegt, sie als Waffe gegen den Kreuzug einzusetzen, aber wenn das Feuer die Fässer erreicht, werden wir alle getötet. Ihr müsst den Kreuzug abführen, während ich die Fässer stabilisiere, so gut ich kann. Beruhigt euch. Ich bin jetzt da. Wer hat hier das Sagen? Da seid ihr werter Herr. Während die Kommandanten ihre Truppen beaufsichtigen, könnt ihr uns befehlen, die Lager zu verteidigen. Andrus wird die feindlichen Truppenbewegungen ausrufen. Dann könnt ihr unsere Einheiten auswählen und die euch unterstützen soll. Denkt strategisch. Wir wollen so hilfreich sein, wie wir können. Gut zu wissen. Verschafft mir einen kurzen Überblick über die Streitkräfte, die mir zur Verfügung stehen. Ihr wollt, dass ich euch ranführe? Das kann ja lustig werden. Also gut, wer ist wer? Ich brauche eure Hilfe nicht, nur eure Truppen. Nehmen wir die 1. Zunächst zu meinem Bunk-Schützen verfickt ihr über eine Magier-Töter-Einheit, eine Kriegs-Magier-Einheit und nennen wir sie Spezialeinheiten. Sondereinsatz hört sich so an, als ob ein Durchstoß in den Rücken etwas Glanzvolles wäre. Kurz vor dem Angriff trat eine Gruppe von Zwergen im Lager ein. Sie sagten, sie würden eurem Ruf nach Hilfe gegen den Kreuzzug folgen. Den Helden von Baldros Trupperns zu haben, scheint es sich auszuzahlen. Andrus, was hört man vom Feind? Das kann ich jetzt gerade gebrauchen. Er ist am Nordeingang des Lagers. Wenn sie durchdringen, gebe ich euch Bescheid. Ihr könnt entscheiden, mit welcher Einheit ihr gegen sie kämpfen wollt. Wenn der Pein besiegt wurde oder ihr zum Rückzug gezwungen wurde, sprecht mich auch neu an. Ähm, okay. Die Zwerge von Dumontal sind hier, um dem Bündnis zu helfen. Verzeiht mir, ich bin mit Dossier eine Priesterin von dem Mater. Ich bin hier, um euch durch die kommende Schlacht zu begleiten. Durch die Gnade des Mater kann ich euch sowohl reguläre Heilung wie die Tempeldienste als auch eine spezialisierte Heilung anbieten. Ich kann eure Körper und Geist und eure Seele wie eine gute Nachtruhe erfrischen. Ihr muss mich ausruhen. Gebt mir von eurer Verjüngungskraft. Jedes Mal, wenn ich euch verjüngle, kostet mich meine eigene Lebensenergie, die niemals wieder aufgeführt werden kann. Wenn ich euch also zu oft verjüngle, werde ich sterben. Ich weiß nicht genau, wie viel Energie ich aufwenden muss, doch ich denke, ich kann euch mindestens zweimal verjüngen. Also passt gut auf, wie ihr das Geschenk des weinenden Gottes einsetzt. Äh, ich habe Dorn und Viconia verloren. Im Moment brauche ich nicht zu dringend Heilung. Die Diener von den Mater existieren, um zu leiden. Ich vertraue darauf, dass ihr alles tun werdet, um dafür zu sorgen, dass Kehla's Diener genauso leiden werden wie wir. Wenn ihr meine Hilfe benötigt, werde ich hier sein. Lebt wohl. Okay. Okay. Das ist jetzt scheiße. Aber sowas von scheiße. Okay. Ich habe da eigentlich keine sonderlich große Wahl, als die beiden zu töten. Sollte sich mein Ruf noch einen Tick sogar verschlechtern? Also das bricht mir jetzt gerade ein bisschen das Genick. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Hand und drehen da unten. Das ist so schön. Der Hero von Baldur's Gate teinten zu sprechen mit mir. Ich bin honnend. So, das war der von Nera. Quest-Zeug. Dorn, Dorn. Quest-Zeug. Trank. Und so sieht alles wieder normal aus. Und so sieht alles wieder aus. Ich bin ein paar Mal. Ich bin ein paar Mal. Aber das ist alles wieder normal aus. Und so sieht alles wieder aus. Und so sieht alles wieder aus. Tja, tut mir leid. Das Spiel verlangt von mir, dass ich euch über den Jordan schicke. So, dann machen wir hier sicherheitshalber mal Quicksave. Nehmen wir mal das hier. Dokumente, die eindeutig klarstehen, dass es nervig war, Keras Worten zu vertrauen. Nehmen wir mal die drei. Nein, das war nicht so geplant. Hat mir zwar XP gebracht, aber kein Schwert. Sie sollte sein, nicht wahr? Nicht, dass ich... Was ist das? Was? Jemand hätte diese Papiere geschrieben. Natürlich bist du richtig, meine kleine Beetle. Was war ich mir gedacht? Ich weiß nicht, dass ich weiterfahre. Vielen Dank wieder. Ich liebe das, besonders bei Kindern von neuen Wettbewerben. Und wir haben ihn umgekehrt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Denk mir an, wenn du ihn schaust. Nicht, dass du ihn vergessen würdest. Ich bin sicher. Ich bin sicher.